Hallo Freunde der Zivilen-Dufahrt und willkommen zu SirMobSlot's Flight Channel und weil Fliegen Spaß macht, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Flypad OS Version 3. Da gab es ein Update letzte Woche mit der Experimental Version, bekommt ihr links das Flight Bag, das ist so ein elektronisches, ja sieht aus wie ein iPad, da habt ihr alle nötigen Fluginformationen drin und das hat FlybyWire jetzt auch grundlegend überarbeitet. Und ihr seht anhand der Liste hier, dass hier verschiedenste Sachen halt auch geupdatet worden sind, neues Dashboard, neues Pushback-Tool oder verbessertes, neue ATC-Page, auch sehr interessant, das ganze Navigraph-Integrationsthema und das werden wir uns jetzt einfach im Einzelnen mal anschauen und ich möchte am Ende des Videos auch nochmal auf die einzelnen Optionen eingehen, die das Flypad hat bietet. Ich denke, das ist sehr interessant, gerade für Einsteiger, was muss ich da einstellen, worauf muss ich achten, aber sicherlich verbergt sich hier und da auch ein paar interessante Optionen für die Fortgeschrittenen unter euch. Ich würde da mal sagen, wir starten. Wir befinden uns heute hier in WC am Flughafen und kleines Off-Topic, da gibt es ein schönes kostenloses Flughafen-Update auf Flightzim.to, das verlinke ich euch auch mit rein, falls ihr Interesse habt, da auch mal ein WC zu fliegen. Das macht die ganze Sache ein bisschen schicker. Aber kommen wir zur eigentlichen Sache und zwar zum Flightback, das finden wir zwar links vom Flieger hier, das ist dieses Pad und wenn wir hier einmal draufklicken, wird das Pad gestartet und fährt dann dementsprechend hoch. Wir haben hier direkt die Dashboard-Seite und die zeigt uns halt alle wichtigen Informationen zu unserem Flug an. Wir haben jetzt hier noch keinen Simbrief-Import gemacht. Das können wir einfach hier importieren aus Simbrief, wie man in Simbrief halt Flugpläne erstellt und die importiert. Dazu habe ich ein extra Tutorial gemacht, das kann ich euch gerne auch mal zeigen und das verlinke ich euch oben rechts. Wenn man hier einmal draufklickt, zieht er sich aus Simbrief direkt alles raus. Nachdem man sich den Flugplan hier reingeladen hat, kann man sich hier in der Übersicht des Dashboards die wichtigen Daten halt abholen. Man hat hier zum Beispiel direkt hier oben das Rufzeichen, also hier ist es die Eurowings 1, 2, 3, den Flugzeugtypen. Man hat hier den Abflughafen, den Zielflughafen und man sieht hier schön mit seinem Flugzeug, auf welcher Strecke man sich befindet und wie viel Zeit man halt braucht. Interessant ist dann auf jeden Fall auch, hier gibt es jetzt auch einen Company Route Code. Okay, das müsste man sich dann einmal anschauen, ob der wirklich auch so funktioniert, wenn ich den in die MCDU dann eingebe. Dazu kommen wir vielleicht mal später. Ansonsten auch noch wichtige Daten wie Coast Index, Average Wind, Cruise Altitude, auch die Route mit dem SIT und mit dem STAR sind hier drin. Und ich habe hier rechts die Wetterinformationen und kann mir hier auch noch mit sogenannten Widgets noch mehr anzeigen lassen. Also die angepinnten Charts im Navigraph. Es gibt mittlerweile Checklisten und auch Maintenance. Das ist, wenn ich Active Failures, also wenn ich einen Fehler einprogrammiere, da gibt es auch noch eine extra Seite, zum Beispiel Hydraulik, Flüssigkeitsverlust oder Displayfehler. Aber die kann ich hier auch übersehen und dementsprechend managen. Also sehr interessant auf jeden Fall. Hier oben rechts kann ich die Widgets dann auch noch verschieben. Und man sieht schon auf der Dashboard-Seite, hier hat sich eine Menge getan und es ist echt ein cooles Feature. Gehen wir auf die nächste Seite, hier ist die Dispatch-Seite. Die bleibt relativ unberührt. Wir haben jetzt hier noch den Operating Flyplan, wie vorher auch drin, der aus Simbrief geladen wird. Und dann haben wir hier noch eine Overview über die wichtigsten Flugzeugdaten, zum Beispiel Maximal Take-off-Weight oder Zero-Few-Weight, das Maximale. Und ja, es sind so ein paar Maximums, sag ich mal, so ein paar Eckdaten hier, die wir halt zum Flieger haben. Sicherlich hier und da ganz interessant. Dann gehen wir auch direkt weiter zur Ground-Page. Das ist sicherlich ein bisschen interessanter. Vom Gesamtumfang hat sich hier nicht viel geändert. Ich kann jetzt immer noch, ja, zum Beispiel die Jetbridge connecten. Ich kann External Power mir holen lassen, Baggage Truck mir holen lassen, Catering. Also all diese Ground-Services hier direkt rufen. Schauen wir uns das mal von außen an. Und jetzt fangen die ganzen Service-Fahrzeuge hier an, sich zu bewegen und werden dementsprechend dann auch den Flieger beladen. Sehr nettes Feature. Und ganz nett anzusehen. Machen wir weiter. Wir können das natürlich dann auch alles rückgängig machen. Dann fahren die Flugzeuge wieder weg, indem man das hier wegdrückt. Ist jetzt ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Interessant ist, denke ich, auch das Pushback-Tool. Hier gibt es halt jetzt auch noch neue Optionen. Man hat hier eine Tuck-Direction, Tuck-Speed. Und man kann das hier jetzt auch noch variabel gestalten. Man muss aber immer noch manuell pushen mit diesem Flypad. Und das ist halt etwas, was, ja, was nicht so schön ist. Da gibt es ein besseres Tool für, das mittlerweile auch ein Preplan hat. Dazu habe ich euch unter Tools und Tutorials dann halt auch ein dementsprechendes Video gemacht. Das verlinke ich euch auch gerne oben rechts. Das Fenster hier oben ist noch frei. Ich habe auch da das gute Gefühl, dass da vielleicht irgendwie ein Preplanning reinkommt. Dann werden wir mal sehen. Andersten gibt es hier noch die Fuel-Page. Die ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Hier kann man seinen Flieger mit betanken. Und hier haben wir eine Refuel-Time. Man kann das auch realistischer Zeit machen, das beschleunigen oder das Instant tun. Interessant ist auch jetzt hier, dass wir das unten aus dem Sim Reef-Flyplan direkt herausladen können. Also den Sprit, den wir laut Flugplan brauchen, den Block Fuel, der erscheint hier. Man drückt dann den Play-Knopf und ihr seht, der Flieger wird hier betankt. Und automatisch werden die Spritmengen auf die einzelnen Tanks verteilt. Sehr praktisch. Die Import-Funktion ist wirklich schick hier an der Stelle. Auf der nächsten Seite haben wir hier die Performance-Page. Und zwar seht ihr hier die üblichen Rechner, Top-of-Descent und Landing-Rechner. Und hier hat sich eigentlich nicht viel getan, bis auf natürlich die Oberfläche, die man jetzt sieht hier. Aber die Grundfunktion bleibt gleich. Beim Top-of-Descent-Rechner, wie man Sinkflug berechnet, dazu habe ich auch ein Tutorial gemacht. Das verlinke ich euch gerne oben rechts. Da könnt ihr mal sehen, wie dieser funktioniert und wie man den halt nutzen kann während eines Flugs. Der Landing-Performance-Calculator ist sicherlich auch interessant. Hier kann man auch die Daten aus dem OFP halt importieren. Also aus dem SimRefly-Plan, was sehr interessant ist und wirklich sehr gut ist. So kann ich sehr schnell hier die Daten halt eingeben. Auch hier wurde angekündigt, dass auf jeden Fall noch ein Take-of-Performance-Calculator kommt. Der wird sicherlich bald mit eingefügt. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, weil das ist echt ein Must-Have beim Airbus. Und dort einen wirklich guten, integrierten Rechner zu haben, wäre echt eine feine Sache. Dann sind wir hier bei den Navigraph-Charts, wie man Navigraph installiert. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Ich verlinke es euch auch wieder oben rechts. Navigraph ist jetzt schon hier implementiert und miteinander verknüpft mit dem Flightpad. Und hier hat sich halt ein bisschen was getan. Ich kann jetzt hier auch meine PIN-Charts mit rein machen. Das zeige ich euch einmal kurz. Und zwar könnte ich jetzt hier EDLV als Flughafen eingeben. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel meins da. Den kann ich mir anzeigen lassen, hier den Chart. Und hier ist jetzt dieses An-Pin-Zeichen mit so einer kleinen Stecknadel. Und das bedeutet, der Chart ist vielleicht interessant und wichtig für mich. Und ich kann dann direkt hier unter PIN-Charts dann halt sehen, ob dieser Chart halt auch für mich relevant ist. Und kann ihn in dieser Schnellauswahl dann auch direkt anwählen. Sehr praktisch. Und natürlich, man hat es dann auch hier im Dashboard als PIN-Chart und kann ihn anwählen. Die Funktion ist neu und wirklich super nützlich im Flightpad. Local Files funktioniert noch nicht. Bedeutet, ich kann mir dann auch dementsprechende Charts oder Daten halt von meinem lokalen Rechner öffnen. Ist aber noch nicht funktionsfähig. Wird noch kommen. Für alle Watsim-Flieger unter euch. Und zwar das Thema Air Traffic Control bei Watsim. Ist natürlich auch diese Funktion weiterhin vorhanden. Und neu ist hier, ich habe jetzt auch noch eine Active und Standby. Config drin. Also ich sehe auf jeden Fall hier, was eingestellt ist. Und wenn ich hier was auswähle, kann ich es auf Active oder Standby vorsetzen. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Auch hier wieder. Und auf jeden Fall eine echt gute Neuerung. Connect Hoppy Arcas für das CP-DLC-System. Das ist ja auch nach wie vor vorhanden. Jetzt rechts oben in der Ecke. Auf jeden Fall. Auch hier sehr gute Neuerung. Für Watsim ist das echt eine feine Geschichte. Ich sehe hier tatsächlich, wenn ich jetzt hier eine Artis auch eingebe, sehe ich die auch hier nochmal kompletten Text drin. Das kann die Sache auch nochmal recht vereinfachen. Also wirklich schicke Nummer. Und ich sehe halt auch hier direkt, Münchenradar und all das. Und dass der CP-DLC nutzt, sehe ich ja auch. Also die Seite hier für alle Online-Flieger auf Watsim. Eine wirklich gute Unterstützung. Dann die Failure-Seite. Mit Experimente sind auch einige Failures hinzugekommen. Also das Hydraulik-System wurde ja auch überarbeitet. Und ich kann mir jetzt auch zum Beispiel hier ein Hydraulik-Leak anklicken. Und dann fällt dementsprechend was aus. Also hier oben steht es auch als kleiner Hinweis. Die sind jetzt noch nicht alle garantiert funktionsfähig. Und werden sicherlich auch Stück für Stück erweitert. Um sicherlich dann auch in Zukunft hier so ein bisschen abnormal Procedures zu üben. Mit dementsprechenden Fehlern. Das jetzt hier nur als kleiner Randhinweis, dass es hier auch noch ein bisschen was getan hat. Weiterhin haben wir hier dementsprechende Checklisten jetzt drin. Und das ist wirklich praktisch. Ich habe jetzt komplett hier die Airbus-Checkliste, die es auch als PDF gibt auf der Flyby-Wire-Seite. Und ich kann das hier alles schön nacheinander halt abhaken, was ich hier mache. Und für jede einzelne Phase sehr gute Unterstützung. Und das wird sicherlich in Zukunft von mir persönlich auch definitiv öfter genutzt werden. Auch ganz neu. Wir haben jetzt hier Presets. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel ein gewisses Interior Light Preset machen. Ich kann das abspeichern und laden, um halt auch schnell die Beleuchtung zu ändern. Ich kann zum Beispiel hier Nachtflug eingeben und dann das Preset einmal abspeichern. Wenn ich das dann dementsprechend halt laden möchte, dann muss ich nur noch auf Load klicken. Und ich habe das Licht dementsprechend eingestellt. Also auch sehr praktisch. Ich werde das jetzt nicht groß anreißen hier. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Ist sicherlich auch eine Erleichterung. Neues auch. Aircraft States. Das finde ich persönlich richtig gut. Hier kann man jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt Ready for Takeoff sein. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann spielt er den Flieger. Das dauert ein bisschen. Spielt er die ganze Prozedur durch vom Triebwerkstart und und und. Also bis ich wirklich auch Ready for Takeoff bin, dann werden alle Schalter und alle Positionen so gesetzt. Für diese Flugphase oder für diese halt Phase. Und da haben wir halt jetzt echt verschiedenste Funktionen. Ready for Pushback, Ready for Taxi, Ready for Takeoff. Und ich kann dann direkt ein vorgefertigtes, ja, vorgefertigtes Preset hier laden. Und dann direkt in die nächste Phase übergehen. Zum Üben sicherlich eine echt feine Geschichte. Wir gehen jetzt einmal die einzelnen Settings hier durch. Auf der Settings-Page grundlegend hat sich hier jetzt nicht viel geändert. Aber wir schauen uns mal an, welche Optionen halt wichtig sind. Hier im Standard Thrust Reduction Height, Acceleration Height und Engine Out Acceleration würde ich auf 1500 lassen. Das sind Werte, die findet man halt in der Performance-Page, Takeoff-Performance-Page wieder. Und können sich je nach Flughafen und Land unterscheiden. Im Standard 1500 einfach drin lassen. Gewichtsunit, wir sind in Europa unterwegs, da würde ich Kilogramm einstellen. Wenn ihr halt unterwegs seid in Amerika oder so, kann man hier LBS einstellen. Pack Signs, also hier ist, wenn ihr das Smoking anmacht, das bedeutet, wenn ihr ins Overhead-Panel geht und hier Smoking auf On stellt, dann erscheint im E-CAM Display, Moment, erscheint hier im E-CAM Display No Smoking und das könnt ihr halt auch auf No Portable Device ändern. Also kleines Mini-Gadget hier. Große Auswirkungen hat das nicht, aber ja, sehr detailverliebt. Das nächste ist das ISIS, das hat auf jeden Fall nichts mit dem islamischen Staat zu tun, sondern das ist hier Integrated Standby Instrument System, das heißt, das sind Standby-Instrumente. Und hier könnt ihr halt sagen, bitte Luftdruckanzeige vorenstellen auf Hektopascal und Metric Altitude hier abstellen oder dementsprechend halt auch anstellen. Und das System findet ihr dann halt hier. Und ihr seht jetzt hier, dass das halt auch in Hektopascal der Luftdruck hier eingegeben wird. Und hier oben sehen wir 160, 170 Meter. Das wird dann auch mit angezeigt, wenn ich das im EFP hier dementsprechend einstelle. Kann ich dieses Instrument da drüber auch noch einstellen? Was auch noch interessant ist, ist hier RMP VHF Spacing. Und zwar hat das was damit zu tun, wie die Bandbreite der Funkfrequenzen sind. Da hat sich in der Luftfahrt halt einiges geändert. In Europa fliegt man halt auf jeden Fall auf 8,33 Kilohertz. Channel Spacing, lass das hier einfach auf 8,33 voreingestellt. Eine genaue Erklärung dazu gibt es halt auch auf der Fly-by-Wire-Seite. Dann gehen wir hier auf Sim-Options. Und zwar haben wir hier auch mehrere Optionen und auch hier Default-Pyro-Meter-Unit. Wir sind in Europa unterwegs, deswegen Hektopascal auf jeden Fall einstellen. Und sehr interessant dann für Leute, die jetzt kein Sim-Reef haben und die möchten sich den Flugplan aus dem Microsoft Flight Simulator reinladen. Dann könnt ihr hier auf zum Beispiel Load-Only gehen oder auf Save. Und könnt dann den Flugplan, den ihr voreingestellt habt im Microsoft Flight Simulator, der wird dann auch direkt übernommen, wenn ihr dann den Flugrad startet. Dann hier haben wir noch External MCDU. Das Feature, es gibt ja so ein kleines Web-Server-Feature, wo man sich die MCDU als Homepage öffnen kann. Zum Beispiel auf dem iPad oder auf ein mobiles Telefon. Und hier sind halt Port-Einstellungen, die man ändern kann. Oder ob der Server automatisch connecten soll, würde ich auch im Standard so lassen. Ja, Dynamic Registration Decal, also die Registrierungsnummer des Flugzeugs kann ich halt voreinstellen. Den halt auch meine ich in den MSFS-Settings. Wenn ich da das ändere, dann übernimmt ihr das mit. Und das nächste ist hier Use Calculated ILS Signal. Hier ist hier deaktiviert. Und zwar gibt es halt die Möglichkeit, dass der Microsoft Flight Simulator, ja, dass ich das Signal benutze. Dort kann es aber teilweise zu Problemen kommen, wenn ich dieses vom ILS, also wenn ich das ILS Signal von Microsoft Flight Simulator benutze. Und da könnte es dann ein, ja, fehlerhaftes Kleidscope-Signal geben. Und dort kann man halt dann, wenn das öfter vorkommt, das halt deaktivieren. Ich habe das Feature jetzt hier erstmal auf deaktiviert gestellt. Ihr könnt es aber dann auch aktivieren und dann, ja, schauen, wie es funktioniert. Wenn ihr da oft halt in Fehler reinlauft oder es zu Problemen kommt, dann könnt ihr es auch deaktivieren. Ich habe es auf deaktiviert gestellt, um halt diesen Fehlern vorzubeugen. Und das funktioniert bis jetzt auch immer sehr gut. Dann haben wir hier noch das, ja, Throttle Detents, also euren Schubhebel könnt ihr hier kalibrieren. Und zwar in die einzelnen Zonen von Idle, Climb, Flex und Toga. Wie ihr seht hier, habe ich mein dementsprechendes Fletch hier auch angepasst. Toga ist ganz oben und wenn ihr eine Reverser-Aktie habt, zum Beispiel weil ihr das TC Thrustmaster-Pack nutzt, also das hat das ja, dann könnt ihr da auch zum Beispiel auch noch die Reverser mit zuschalten, um halt den rückwärts-Schuben zu steuern. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig auch, dass man hier, wenn man halt ein professionelles Flight Gear hat, das hier Stück für Stück einstellt. Das macht die Sache einfach leichter und diese Bereiche hier dann halt auch optimal wählt, damit man die auch findet. Ja, Realismus-Einstellungen. Ich lasse sie alle auf Real hier, zum Beispiel beim Flight Alignment kann ruhig dann auch reelle Zeit brauchen. Die Safe Tests und auch die Boarding-Time, wenn man über die MCDU halt das Boarding startet, kann auf Real bleiben. Hier gibt es noch MCDU Keyboard Inputs. Das heißt, wenn ihr euer Numpad benutzen wollt für die MCDU Keyboard Inputs, könnt ihr das hier aktivieren. Und genau, Focus Timeout. Das war mal am Standard hier. Separate Tiller for Rudder Inputs ist ja auch ein relativ neues Feature. Wenn ich jetzt noch eine Tiller-Funktion habe und nicht die Ruder nutzen möchte oder die Z-Achse, dann kann ich das hier aktivieren. Und dann kann ich mit einem gewissen Input-Command halt meinen Tiller dann auch noch so einstellen und da eine eigene Achse für verwenden. Home-Coppet-Mode. Das ist relativ interessant. Ich habe es jetzt hier deaktiviert. Ich würde es aber tatsächlich wieder aktivieren. Das hat was auch mit den Spiegelungen in den Displays hier zu tun. Und wenn ihr dann den Home-Coppet-Mode anhabt, gehen diese Spiegelungen, die fallen hier raus. Ich würde es tatsächlich auch aktivieren, weil diese Spiegelungen, die können teilweise auch dazu führen, dass es echt nicht übersichtlich ist. Ich denke mal auch, dass sie Performance brauchen und daher werde ich den Home-Coppet-Mode auch aktiviert lassen. Data-Link Transmission Time hat was mit dem CP-DLC zu tun, auch auf Reel lassen. Details dazu, auch im CP-DLC-Tutorial und Autofill-Checklist, relativ neue Option, würde ich deaktiviert lassen. Also das sollte die Art zu Ahock-Page. Auf jeden Fall sehr interessant. Das ist halt eine Settings-Page, wo ihr gewisse Dienste, die mit dem Fly-by-Wire-Mode verknüpft sind, einstellen könnt. Und ich denke, hier ist ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel die Artis oder die Meta-Source haben wollt, womit ihr euch die Flughafen-Informationen und Wetterdaten holt, dass, wenn ihr Watsim fliegt, das auch auf Watsim einstellt. Wenn ihr offline fliegt, könnt ihr Meteo Blue nutzen für Meta-Source oder für die Artis direkt die FFA aus Amerika. In Europa ist das halt nicht möglich. Ihr könnt euch nur die Artis, die reale Artis von den US-Flughäfen holen. Und da ich Watsim fliege, lasse ich es auch auf Watsim. Und hier ist noch der TAF, also der Forecast, Wetter-Forecast. Den gibt es bei Watsim nicht. Den lasse ich einfach auf NOAA eingestellt. TELEX-Messager-Service habe ich jetzt nicht aktiviert. Den lasse ich jetzt auf deaktiviert. Dort kann man halt über das ARCAS dann auch noch Text-Messages, glaube ich, auch Unterflugzeugen schicken. Und was halt interessant ist, hier um noch andere Schnittstellen zu aktivieren, ist SimReview-User-Name. Den findet man hier. Ist eine ID. Normalerweise gibt man seinen User-Alias da ein. Und sicherlich auch interessant, dass man hier auch noch einen automatischen Import machen kann. Und den lasse ich eher deaktiviert, weil wenn ich das einfach alles einzeln durchspiele, kontrolliere ich damit ja auch, ob der Import halt auch korrekt war. Deswegen lasse ich es dann erstmal deaktiviert. Kann aber auch ein nettes Feature sein, um hier Zeit zu sparen. Hoppy-User-ID für CP-DLC-Agra-Service, die kann ich hier auch eingeben. Und ja, Arrow-Reporting. Das heißt, wenn irgendwelche Fehler auftauchen in dem System, dann wird das automatisch natürlich ein Fly-By-Wire geschickt. Ihr könnt dann natürlich sagen, möchte ich nicht, dann deaktiviere ich das. Oder ich unterstütze das Team bei der Weiterentwicklung und lasse einfach mal das Arrow-Reporting halt hier an. Kommen wir zur Audio-Page. Hier sind auch noch einige neue Features sicherlich reinbekommen mit Passenger, Ambience, Announcement und Body Music. Auch gewisse Exterior- und Interior-Features. Wenn euch die halt zu laut sind oder euch nicht passen, könnt ihr das hier einstellen. Oder halt Ansagen auch abstellen. Ich lasse es hier so im Standard. Das ist für mich optimal eingestellt und funktioniert sehr gut. Dann hat man hier noch diverse Funktionen zum Fly-Pad. Ich glaube, die sind fast schon selbsterklärend. Ich kann hier die Beleuchtung des Fly-Pads einstellen. Ich kann hier jetzt auch unterschiedliche Themes auswählen. Blue, Dark und sicherlich für Nachtflüge würde ich das Fly-Pad dann auch etwas dunkler lassen. Der Blue-Theme, denke ich, ist völlig in Ordnung. Und ja, welche Zeit ich hier angezeigt haben möchte, kann ich mir auch einstellen lassen. Ich finde es tatsächlich ganz sinnvoll, hier UTC und Local voranzustellen. So hat man hier beide Zeiten direkt im Fly-Pad drin. Und der Rest, ja, Flight Progress Indicator, den würde ich auch anlassen, Show Colored Raw Meter. Das haben wir ja vorhin festgestellt. Das ist recht praktisch, wenn hier halt irgendwo dann auch angezeigt wird, dass das hier so ein bisschen, worauf man so ein bisschen achten muss hier bei hohen Windgeschwindigkeiten, wird das nochmal hervorgehoben. Also auch recht praktisch, finde ich, eine super Option, wird auf jeden Fall angelassen. In Sprache Englisch sollte passen. Man kann es auch auf Deutsch und andere Sprachen stellen. Ich lasse es in Englisch. Und dann wären wir hier auch soweit durch auf der About-Page. Und jetzt seht ihr nochmal die Version. Und hier sind wir in der Experimental Version. Ganz wichtig, nur dort bekommt ihr das Fly-Pad OS 3 und könnt es dann auch dementsprechend nutzen. Dann hoffe ich, das Video hat euch halt einen besseren Einbildleg in das Fly-Pad gegeben, auch in die neuen Funktionen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Weiterentwicklung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da oder schaut euch meine anderen Tutorials an. Würde mich freuen und ich wünsche euch einen guten Flug, viel Erfolg, euer SirMobSlot.